Musik Mein Name ist Katharina Zivka. Ich bin Hochstelzen-Performerin im Freien Kollektiv Zwischenraumtheater. Alle unsere Produktionen entstehen in der Harder-Bastei, wo wir Proben, unsere selbst erstellten Kostüme und Requisiten haben. Regelmäßig treten wir auf Stadtfesten, Musikfestivals und anderen Veranstaltungen auf. Jeder Walk-Act ist anders. Die Routine vor dem Auftritt bleibt immer gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ideen zu neuen Kostümen und Charakteren schöpfen wir aus gemeinsamen Workshops oder Produktionen der Kunst- und Kulturbastei. Es geht nicht einfach um Kostümschau, sondern um die Inszenierung der einzelnen Charaktere. Was ich am Stelzenlaufen liebe, ist die Nähe zum Publikum und der direkte Austausch. Musik 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 Musik